Ich bin der Sniper und ich sorg für riesen Backup Wenn ich schieße flieg die Kugel tausend Meter In dein Herberg und ich bin jetzt mal der Typ Mit den allerbesten Sporn Pack mein Beacon in die Front und lass die Soldaten dank Gott Ich bin neise und auch schnell Pass mich der Umgebung an Und wenn ich einen im Visier habe Dann rennt er um den Leben Mann von Flamm aufgestellt und das Fahrzeug ist markiert Lass die Javelin back kommen und der Typ ist penetriert Ich bin der Medik, einer der wichtigsten Leute hier Ich sorge für Sturmangriff und Ziele für mein Jetmark hier Wenn jemand Hilfe braucht, bin ich sofort da Hab mein Defibrillator in der Hand und mach's klar Ey, ich bin der Erste an der Front Egal ob jetzt mit Messer oder Waffe Ich bin der, der die Flagge bekommt Du kickst hier meine Leute, du musst dich entschuldigen Ich geh jetzt in den N-Bank und suche dann den Schuldigen Es gibt vier Klassen und die haben Aufgaben Und diese Aufgaben muss man wirklich drauf haben Es gibt vier Klassen und die haben Aufgaben Und diese Aufgaben muss man wirklich drauf haben Egal ob Medik oder vielleicht Supporter Sniper, Pionier, jeder ist sofort da Egal ob Medik oder vielleicht Supporter Sniper, Pionier, jeder ist sofort da Ich bin der Supporter oder auch das Ungeheuer 200 Schuss, M.G. auf deine Leute, das wird teuer Ich geb Feuerschutz und halte alle Feinde nieder Ich platziere 10-4 an deinem Panzer und das immer wieder Ich geb Uni für die Leute, die was brauchen Und ein Clamos an der Tür für die Feinde, die durchlaufen, ey Ich bin der Typ mit M.G. und rühr mein Zweibein raus Schieße auf den Jeep und für dich dich leider scheiße aus Ich bin der Pionier, Jet, Heli, kampfbereit Ich bin der mit meiner Stinger, der den Jet im Kaffee reißt Ich hab der Zug bei und helfe meine Leute, Mann Hab dein Motor mal einen Schaden, schweiß ich dich auf 100 an Wechse ich meine Waffe jetzt auf RPG Alter, komm mal näher ran, heute sagst du nur an, ey Schmeiße Minen vor den Tank und du schaust mich nur so an Will nicht wissen, was du denkst, du fährst los, du bist dran Es gibt vier Klassen und die haben Aufgaben Und diese Aufgaben muss man wirklich drauf haben Es gibt vier Klassen und die haben Aufgaben Und diese Aufgaben muss man wirklich drauf haben Egal ob Medic oder vielleicht Supporter Sniper, Pionier, jeder ist sofort da Egal ob Medical oder vielleicht Supporter Cyberpionier, jeder ist Supporter